Ich werde meine Stimme einsetzen, um zu arbeiten, um zu moderieren, um zu kommunizieren im Alltag. Ich finde das sehr wichtig, dass man miteinander spricht, kommuniziert und Dinge fragt und erzählt. Das hat mit der Stimme zu tun. Aber dafür werde ich meine Stimme vor allem einsetzen – im Beruf wie auch im Privatleben. Vielen Dank. 8 30 31 31 32 Vielen Dank.